ja der hat beide platziert da innen in big tower ja die valkyrie liegt in der garage was tut sie da hat seine beiden augen hier platziert genau das andere war vor dem jungen es wird aufpassen die es wahrscheinlich werden welke welke großen turm unten muss jetzt einmal drohen die kommt schon wieder vor dies verrückt ich lampe ja sie kommen vor c4 zum fenster ist glaube ich ein meeting wir werden versuch vielleicht ja ja da war kein c4 mehr doch und meistro halten tour es ist so ein witz ja das ist egal weiter 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 unten weiter unten weit ist gecarset ja kommen sie gar nicht und zeit auswärtig tauer ja ich hab doch einfach mann wie ein bett rum wie ein bot runter rennt der roma aber die fälfte ja auch die ganze zeit hier steht es hier 1